Vor drei Monaten haben wir ein Experiment mit euch gestartet, ohne dass ihr es wusstet. Als wir uns neue Rabattcodes überlegt hatten, kam Samu auf die Idee, einen Rabattcode einzurichten, mit dem ihr 100% auf eure Bestellung bekommt. Das heißt, egal was ihr bestellt, ihr hättet es damit komplett kostenlos bekommen. Dieser Rabattcode lautete... Rabattcode. Super kreativ, oder? Den haben wir natürlich niemandem gesagt und haben darauf gewartet, dass einer von euch durch Zufall selbst darauf kommt. Heute war es dann endlich soweit. Fabian hat es geschafft, den Rabattcode einzulösen. Aber was hat er denn bestellt? Immerhin hätte er den kompletten Shop leerräumen können. Für ihn gab es das Lockhart-Wallet und eine AirTag-Deckplatte. Gute Wahl. Viel Spaß mit deinen Produkten. Und für alle anderen, nicht verzagen. Für euch gibt es den permanenten Rabattcode TikTok, mit dem ihr 15% auf eure Bestellung bekommt. Cool.